Projekt, die alte Lernen. Das ist ein Notenjahr. Wir fahren nach Ile de Ré. Montagmorgen, wir sind in einem Spot, der heißt L'Eusteur, oder Düsteur. Kate macht dich bereit. Der Anzug wird angezogen. Was machst du, Kate? Hier Windsurfen. Das Material liegt schon am Wasser vor, du brauchst nur umziehen. Was ist die Frage? Wenn du auf mich aufpassen gehst. Immer, ich passe immer auf dich auf. Das ist ein Notenjahr? Ja. Und sonst kannst du mir auch gerne zuwinken, normal. Mit einer Hand. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pretty Caroline, oh, 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 oh Stone- Drag on her, she was her when I started working at the dine. Oh, 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 oh Sources of her mind to count your blessings, cause he's telling failed He'll put you down and leave your dead. Don't make him scared. Es ist spannend Windsurfen wieder zu gehen, weil das habe ich als Kind gemacht, bis ich 13 bin. Und dann sind wir als ganze Familie aufs Kalten umgestiegen und deshalb kam ich dann nicht mehr zum Windsurfen. Wasserstart, Sleiten und so, das geht alles super, aber zur Halse habe ich es geschafft, deshalb ist mein nächstes Projekt, die Halse lernen. Genau. Schön. Schaffst du's. Schön üben. Denk ich auch. Aber ich freue mich vor allem mit dir auf dem Wasser zusammenfahren. Ich auch, ich auch. Freu mich. Sehr schön. Was wird aufgebaut? 4 Sechtern. Und? Ein 7er Kite. Wir gehen zusammen aufs Wasser. Und vielleicht kann ich ja auch nochmal meine Halse üben. Das hätte ich gesagt, ja nochmal mal Halse gibt. Ja. 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 Kite, erzähl mal kurz was passiert ist. Wir wollten echt ein bisschen hochkreuzen, um da an dem einen Boot oder so eine Boje Bilder oder Filme zu machen. Kaum wollten wir Filme machen, hat es angezeigt, dass die Speicherkarte voll ist. Dabei waren noch kaum Videos drauf. Es kam dann auch echt ein dunkler Sturm an, haben uns schnell wieder Richtung Bus gemacht, abgebaut und waren dann gerade vor dem Regen, vorne ist nun wieder im Bus. Jetzt ist es aber wieder heller, ne? Und es trocknet wieder. Das Problem mit der Speicherkarte hat sich abgelöst. Und zwar, das Problem war, wir müssen immer die Speicherkarte neu formatieren. Wenn wir alle Bilder rüber auf dem Laptop gezogen haben, damit wieder Platz ist. Fragt mich nicht warum. Doch, logisch auch. Logisch? Erklären wir ja. Der muss halt einen neuen Platz schaffen. Aber wenn die Bilder auf dem Laptop sind und nicht mehr auf der Karte, sind sie weg. Äh, ja. Naja. Was ist vor Materie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie es gelöst. Es hat geholfen. Wenn es uns jemand erklären kann, gerne. Bei uns ist fieses Wetter. Haben aber lecker gegessen gerade. Jetzt wartet noch der Abwasch. Und Bier sehe ich. Bier wartet auch noch. Bier wartet auch. Hier regnet es jetzt so richtig. Ich glaube man hört es auch ordentlich. Ordentlich, ja. Ja. Und wir dachten, oh wie geschickt. Wir haben diese Lüftungsgitter. Da kann es ja auch nicht mehr rein regnen. Aber es windet so stark auch dazu, dass es hier reindruckt. Es drückt richtig rein. Das haben wir hier mal ein Handtuch hingelegt, dass das Wasser da aufgefangen wird. Genau, weil jetzt das Fenster öffnen wäre glaube ich auch nicht so sinnvoll. Nein, um das raus zu machen. Auf der Seite ist gut, weil da steht der Wind nicht drauf. Da ist alles trocken. So, guten Morgen von uns hier. Guten Morgen. Wir machen schon einen kleinen Morgenspaziergang. Wir müssen nämlich zur Post. Genau, zweiter Versuch. Gestern waren wir nicht so erfolgreich beim DHL. Ja, jetzt muss man eigentlich nach Deutschland verschickt werden. Ja. Und wir dachten, das machen wir über DHL. Und da haben wir geguckt auf der deutschen Webseite. International auf der Sand, europaweit, so 20 Euro. Das Schlimme war aber, dass es gab schon so ein Kommunikationsproblem. Ich kam schon rein natürlich mit meinem Je ne parle pas français. Sie konnte kein Englisch, wollte mir aber trotzdem gerne helfen. Ziemlich einen Preis gelernt, den ich aber nicht verstanden habe. Und ich dachte, ja, ich habe auf Internet geguckt. Das wird schon 20 bis 30 Euro kosten. Und dann hat es gedauert und alles vorbereiten. Und in der Endeffekt liegt es mir dann die Rechnung vor. Und dann habe ich doch gesagt, 130 Euro. Nee, ist mir was zu viel. Ja, blöd, wenn es mit der Sprache nicht so klappt. Ja. Jetzt gehen wir zum französischen La Post. Das ist, glaube ich, wie bei uns DHL eigentlich. Genau. Wir schicken das da. Wir haben geguckt, es durfte nicht zu teuer sein. Genau. Genau. Wir versuchen unser Glück. Und, hat es geklappt? Ja. Es ist verschickt. Sehr gut. Also, unterwegs. Christoph, ich hoffe, du freust dich auf den Feuer. Hier sind die Parkplätze, die sind oft höhen beschränkt. Hier jetzt zum Beispiel 220. Mit dem Board würde der eigentlich nicht runter passen. Aber wir haben so einen coolen Fahrradträger. Fahrradträger. Äh. Dachträger. Den kann man zur Seite runter klappen. Und jetzt klappt das Ganze. Wir fahren. Hey Kate, du bist eigentlich schon ganz blond geworden. Wo geht es hin? Äh. Wie heißt es? Ich weiß es nicht. Wo gehen wir hin? Ich weiß es eigentlich auch nicht. An den Strand, ans Meer. Wir fahren über eine richtig schöne Brücke. Über eine Brücke? Eine richtig schöne Brücke. Ah ja. Was gibt es für Probleme bei dir? Ich habe meine eigene Finger mit Sekundenkleber eingeklebt. Oh. Extraschutz. Extraschutz, ja. Sonnenschutz vielleicht. Sollte eigentlich auf den Pad kommen. Wir dachten, wir sind super nachhaltig. Haben das Pad, das jetzt hier drauf klebt, von Kais altem Board abgemacht. Weil das ist ja kaputt gewesen. Das ist im Müll gelandet. Ja. Ähm. Haben wir das Pad noch abgemacht. Dachten, das ist sehr klug, das da drauf zu machen. Aber eigentlich hätten wir am besten ein neues Name nehmen sollen. Das drauf kleben war jetzt ziemlich, ziemlich schwierig irgendwie. Hier klebt ihr bereits. Ja, aber ich klebe halt auch den Deckel, so wie immer bei Sekundenkleber, äh, klebt der Deckel irgendwann zu. Oder der, der, wie heißt das? Der Deckel oder der Drehverschluss oder der, wo es rauskommt. Ja, das kleine. Ja. Und dann ist es zu und dann kriegen wir es offen und dann kommt immer viel zu viel raus. Hm. Blöd. Das sind Probleme. Das sind Probleme. Aber es klebt. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Lassen wir über Nacht trocknen. Ja. Wenn jemand Tipps hat, wie man das vermeidet, dass den Deckel bzw. dieses Türchen nicht zu geht. Wie man das vermeidet beim Zudrehen. Ja. Das schreibt mir gerne. Hallo von uns. Es ist Freitag, glaube ich. Wir sind in, wie heißt, La Tranche-sur-Mer? Ja. La Tranche-sur-Mer. Kai baut auf. Er geht Wingens. Wir haben nämlich ein neues Volk gekauft. Und bist du gespannt, wie es fliegt? Ja. Ganz ruhig. Aufgeregt. Ich mache heute mal nochmal ein bisschen langsam. Wir waren gestern nämlich ewig Wellenreiten und ich merke mein Hals so ein bisschen wieder. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mir doch noch einen Schal gekauft. Ist doch praktischer, wie ich ständig einen Pulli raushole. Ja, jetzt sitze ich am Strand, mache ein bisschen Aufnahmen von Schal. Wir sitzen eigentlich bei Zudrehen die Ne ہと思います, aber auch hier. Ich bin nach drinnen gefürchtet, das Wetter ist etwas eklig geworden, Kai flitzt hier draußen nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, da diesen orangenen Punkt. Wo fährst du hin? Wir fahren nach Il de Ré. Das ist quasi für die Franzosen, was Silt für die Deutschen ist, also so eine Urlaubsinsel. Zumindest in unserem Windsor von Heinz Führer. Das Wetter könnte aber noch etwas besser sein. Man sieht gar nicht wirklich, wo wir hinfahren. Wir fahren in den Nebel gefühlt. Hier sieht man nur Nebel und Regen. Der Roadtrip geht weiter. Wir sind auf Il de Ré. Louis hat ein schönes Plätzchen hinter uns. Genau, und wir genießen noch den Abend. Den Abendsonne. Traumhaft. Wir machen uns jetzt, denke ich mal, ein paar Tage hier auf die kleine Insel. Es soll Wind geben. Auch eine andere Regenschauer vielleicht. Da kommt schon was. Und Sturm. Und Sturm. Sturm morgen Abend. Aber dann lassen wir uns nicht kennen. Und das genießen wir sogar ein bisschen, wenn ein bisschen Sturm kommt. Da können die Windstoffsäge oder die Kreis mal wieder rausgenommen. Das war's dann auch wieder für diese Woche von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Oder einen Daumen nach oben. Oder beides. Klickt ihr auch auf diesen Alarmklöckchen. Dann kriegt ihr auch die neuen Videos immer zu sehen. Es geht noch ein bisschen. Da kommen noch einige. Ihr könnt gespannt sein. Wir sind sehr schaden. Ja. Und wir sehen uns. Genau. Wir verziehen uns jetzt in den Busen. Bis dann. Tag, Tag. Ciao, ciao, dun, dun. Tag, Tag, Tag.